Nach knapp zwei Jahren schließen die Corona-Impfstraßen in Steiermark ihre Pforten. Das Angebot sei von der Bevölkerung immer gut angenommen worden. Zuletzt habe die Nachfrage aber nachgelassen, heißt es von der Gesundheitssprecherin des Landes. Weiterhin könne man sich aber gratis bei seinen Hausärzten mit Pfizer auffrischen lassen. Bisher waren mehr als 800 Ärzte sowie knapp 1000 Mitarbeiter in den Impfstraßen beschäftigt. Die Impfstraßen wurden zuletzt sehr teuer für den Steuerzahler. So ließen sich im Februar insgesamt 4200 Personen auffrischen. Für den Betrieb der Impfstraßen wurden 420.000 Euro pro Woche aufgewendet. Für Personal, Miete und andere administrative Kosten. Bezahlt hat dies der Bund. Das bedeutet, dass jede einzelne Impfung den Steuerzahler 400 Euro gekostet hat. Zu den Vorräten im Bund, aber auch im Land, schweigt das Gesundheitsministerium von Johannes Rauch. Auch wie lange die Vakzinen noch haltbar sind, verrät die Pressestelle des grünen Ministers nicht. Sicher ist, die knapp 150.000 Dosen des Totimpfstoffs Valneva, der zu keinem Zeitpunkt wirklich nachgefragt war, laufen mit Ende diesen Monat aus. Wie viel die unverbrauchten Vakzine den Steuerzahler gekostet haben, wird ebenfalls nicht verraten. Vom Gesundheitsministerium heißt es dazu nur Vertragsgeheimnis.